jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute mache ich wieder ein kleines giveaway und zwar aus dem anlass weil ich habe ja anfang des jahres ein community projekt gestartet und zwar hieß das ja am community dealer und zwar bin ich mit dem projekt irgendwie nicht ganz zufrieden beziehungsweise ist das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe weil ein projekt über ein jahr sollte es ja laufen wo ich dann einmal monatlichen video dazu mache und das ist eine lange zeit beziehungsweise einmal monat video das geht einfach unter unter den anderen videos und ein jahr ist halt im youtube algorithmus eine lange zeit sehr lange zeit somit dachte ich mir einfach ich breche das projekt ab und als kleine entschädigung mache ich ein giveaway mit 5 5 5 p to 50 channel gibt es zu gewinnen sind alle fn kostet das stück glaube ich fünf euro also momentan so circa fünf euro ja es gibt so zu sagen haben fünf leute können eine p to 50 gewinnen nicht einer kann fünf gewinnen leute können beim giveaway gewinnen und zwar mache ich das ganze wieder über gliem ist dann der erste link in der video beschreibung ist dann der gliem link zum giveaway und da das hier wäre es sozusagen nur für meine abonnenten ist müsst ihr ein abonnent sein sprich wenn ihr ein abonnent macht es mal eben kurz dann ist nicht aber kann ich mich ja nicht abonnieren ob das dann funktioniert ich hoffe der checkt das ja genau wenn ihr halt ein abonnent setten schaltet die mehr oder weniger die nächsten punkte frei um halt eure gewinn chance zu erhöhen gibt es halt dann auch wieder die täglichen sachen und die nicht die sd einmaligen mehr oder weniger aber sollte ja kein problem sein das war es dann auch eigentlich wieder mit einem daumen nach oben würde ich mich natürlich wieder sehr freuen ihr könnt mir in die kommentare schreiben weil ich ja momentan weiß ich nie so wirklich was für video ich jetzt zum beispiel bringen soll ob ich jetzt wieder matchmaking highlight oder wo ich case opening oder gambling oder irgendwas wollte ich halt mal fragen was euch so am meisten gefällt an meinen videos her ob das jetzt an die matchmaking sind oder wie gesagt also was ich gerade aufgezählt habe würde mich sehr interessieren weil dann könnte ich mich zum beispiel dann darauf konzentrieren was halt der mir gefällt dass ich das in zukunft halt häufiger bringen werde abonniert mich um keine weiteren videos zu verpassen ansonsten sage ich auch gleich wieder ciao und bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten mal